SIEBEN! Ja, Mann! Und wieder, Digga! Yes, Digga! So muss das laufen, Alter! Direkt sieben verbleiben, ne? Das knallt jetzt aber richtig, Leute! Let's go! Rosa gezogen! Die Boxer haben gezogen! Und... Oh mein Gott, noch eins! Was? Laber nicht! KAL! Und... www.scheißboxer.shop Jetzt erhältlich Die Scheißboxer Box Erhältlich ab dem 1.10.2019 Um 15.15 Uhr Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pupi Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge KALSTARS! What's up? Was geht, Leute? Willkommen hier zu dieser Folge Heute gibt es mal wieder ein Mega Box Opening Battle, Alter! Ich bin mega, mega gespannt, was wir jetzt hier ziehen werden Wir haben heute einfach mal unglaubliche 2000 Gems auf jedem Account drauf, also... Das ist so krass! Das wird einfach nur ein heftiges Mega Box Opening Battle Ich will heute krasse Puls sehen, ich will heftige Zahlen sehen Ich will hier einen neuen verbleiben Oh mein Gott! Mal schauen, was wir hier so alles auf die Beine stellen können Ich würde sagen, bevor es jetzt losgeht Lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da Lasst doch mal gerne ein kostenloses Abo da Schaut unbedingt die Folge auch von Marvin an Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt Bei ihm haben wir auch eine Folge aufgenommen Checkt das gerne mal ab Und dann würde ich fast schon sagen, starten wir einfach mal Ich hole erstmal Nita ab, das kannst du auch machen, falls du noch nicht gemacht hast Die haben wir uns gerade noch erspielt Mal schauen, ob das irgendwas ändern wird in der Sache Ich glaube es immer noch nicht ganz Aber vielleicht tut das ja irgendwas zur Sache, Leute Naja, ihr habt ja gesehen, ich habe einmal Tatsächlich schon 8 verbleibende geschafft Das war einfach nur absolut crazy Vielleicht schaffen wir das heute wieder Ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen Aber ich habe heute gute Vibes, Leute Ich glaube daran, dass heute was krasses passieren wird Und ja, mal schauen Wollen wir uns das Willkommenspaket auch noch holen Oder scheißen wir diesmal drauf? Ähm Ich weiß nicht, glaube ich kann es nicht Willst du probieren? Ja So, die 170 Gems sind schon mal start Sind schon mal, ja, deutsch auf jeden Fall bei mir auch nicht am Start Erste Megabox wird geöffnet in 3, 2, 1 Und let's go, komm Komm, Junge Ein neuer Brawler und einmal V-Box Okay, yes Scheiß Boxer, ja, Mann Bane, Easter Oh mein Gott, Scheiß Boxer Einmal den hier macht so Der ist auf jeden Fall Ja, Mann, das riecht geil, ne Und zwar am Start, Leute By the way Ich habe hier die, äh, die WWE Scheiß Boxer, genau Ich bin heute so retarded, ne Ich habe die Scheiß Boxer Box in meiner Hand Marvin, hast du sie auch gerade bei dir? Klar, ich habe sie in der Hand Hier haben wir sie, Leute Leute, ihr seht's ja Ab erstes Ding ist das gute Stück am Start Genau, und Leute, ab morgen Also morgen wird es um 15.15 Uhr ein Unboxing geben Wo wir diese Box einmal im Video öffnen werden, Leute Also checkt das auf jeden Fall ab Das wird einfach nur heftig Ich freue mich schon mega darauf Und ich hoffe, ihr auch Deswegen, Leute, schaut vorbei Morgen 15.15 Uhr und weiter geht's Die Powerpunkte für den Scheiß Boxer habe ich auch am Start Das war die erste Megabox Und dann kommen wir direkt schon zur zweiten Megabox Da haben wir zwei verbleibende Ich auch Und gar nichts drin Perfekt Ich habe noch eine reduzierte Hast du auch zufällig eine? Ja Perfekt, dann können wir die direkt öffnen Drei Zwei Eins Und Drei verbleibende Okay Also ich werde einen neuen Brawler ziehen Oh mein Gott, Jürgen Der Brawler Nice Ich habe die Scheiß Boxerin Das heißt, ich habe immer das Pärchen So muss das sein, Leute Okay Und Powerpunkte für den Oder was hast du noch gehabt? Oder hast du einfach dreimal davor die Powerpunkte? Ja, ich glaube schon Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet gehabt Okay Digga, stell dir das mal vor Du würdest jetzt Oder ich Halt die Fresse, Handy Du würdest jetzt mal einfach Acht oder neun ziehen Digga Dieses Gefühl, wenn du auf die Megabox drückst Ne Und dann Das ist jedes Mal dieses Gerickel Ich kenne das Ich weiß, was du meinst Komm, wir machen weiter mit der nächsten Megabox Let's go 10.000 Likes Übrigens auf dieses Video Danke dafür Ähm, ja Let's go Und ich wollte euch noch was sagen, Leute Und zwar entsteht dieses Video in Zusammenarbeit mit Discord, Leute Ich habe jetzt meinen eigenen Scheiß Boxer Discord Community Server Aber kommt alle auf den Discord, Leute Jeder der Discord hat Oder selbst wer es noch nicht hat, Leute Leitet euch das gerne mal runter Link ist unten in der Videobeschreibung Discord.gg Slash Pookie Einfach mal drauf joinen Auf den Server, Leute Dort gibt es auf jeden Fall viele Räume für viele Leute Ihr könnt dort neue Mitspieler suchen Falls ihr generell mit euren Kollegen zockt Dann könnt ihr über Discord mit denen live reden Während dem zocken Und man findet dort immer Leute Die irgendwie Zeit zum zocken haben Was auf jeden Fall besser ist als Random Mates Äh, um Pokale zu pushen Und, und, und Das heißt, joint dort auf jeden Fall mal drauf Und es wird dort auch Aufnahmen geben Wie zum Beispiel Pookie sagt Oder irgendwelche Community Turniere Oder irgend sowas in die Richtung, Leute Wo man auch mal mit der Community aufnimmt Deswegen joint gerne auf den Discord Jetzt, Link ist unten in der Videobeschreibung Und wir sehen uns dort, ne? Und übrigens, Dankeschön geht raus an Discord Für die Kooperation Okay, also Hier Gegenstände Ja, bei mir war gar nichts drin Äh, warte Ist das jetzt schon die nächste Box Oder die... Ja, die nächste Die nächste, safe Ja Und dann öffne ich jetzt auch die nächste Okay, let's go Fünf Okay Das könnte tatsächlich was Neues werden Ich glaube auch, das wird jetzt sehr super seltene Drei, zwei, eins Und Es wird der erste super seltene Der Rico Ist es bei mir Und bei dir? Okay, nicht schlecht Ich habe gar nichts Wie viele Gems hast du gerade? Ja, dann hast du eine weniger geöffnet Dann öffne jetzt noch eine Du bist ja wieder Ich habe jetzt 1046, du? 1046? 2046 Alles klar 967 Also öffne noch eine Du bist eine hinten Okay Jetzt solltest du auch eine super seltene ziehen Und jetzt haben wir natürlich die Penny Perfekt, okay Dann würde ich sagen Ab jetzt, Leute Ist alles offen Wir können legendäre ziehen Wir können acht verbleibende Wir können neun verbleibende ziehen Alles ist möglich, Leute Let's go Nächste Mega Box Drei, zwei, eins Und Sechs Vier Ist schon mal nice Das wird direkt ein neuer Brawler Drei, zwei, eins Und Barley Ja? Kann man machen Kann man machen, muss man nicht 13 Jubelen waren da auch drin Ist in Ordnung Okay Dann würde ich sagen Die nächste In drei, zwei, eins Vier Fünf Okay Oh was? Trotzdem was Neues Nice Penny ist am Start Superseltener Brawler Nice, nice Hast du was gezogen? Ne, nichts Okay, also ich führe auf jeden Fall schon mal gut, Leute Wisst Bescheid Das tust du So, 1800 Jams habe ich noch Und ich würde sagen Nächste Mega Box In drei, zwei, eins Sieben Ja, Mann Oh mein Gott Und wieder, Digga Yes, Digga So muss das laufen, Alter Direkt sieben verbleibende Das knallt jetzt aber richtig, Leute Let's go Oh Was hast du gezogen? Die Box hat ihn gezogen Was hat ich? Oh mein Gott, noch ein Was? Laber nicht Karl Nein Beißer Laber nicht Ein Stück, Junge Und ich habe auch sieben verbleibende, Digga Okay, jetzt geht es aber richtig ab, Digga Jetzt geht es aber richtig ab Quatsch, Digga Poco ist am Start Und die Schleißkneifenschlägerin ist auch am Start Hast du gerade wirklich drei Brawler? Drei Brawler, Digga Ich habe Power Du kommst für Nita, Shenny, Penny Und gezogen Was? Natürlich die Boxerin Cardi, Großschüssel und Pipa Bei sechs verbleibenden hast du drei neue Brawler gezogen Digga, das ist auch ballert das rein, ey Okay, Leute, so kann es auf jeden Fall weitergehen Nächste Megabox Lass 17.000 Millionen Likes auf dieses Video da Abonniert den Kanal gerne kostenlos Nächste Megabox und go Fünf verbleibende Sechs Okay, du ziehst wieder was Neues Bei mir ist leider nichts Neues Digga, du bist ja so lucky, Alter Oh mein Gott Drei Brawler aus einer Kiste Ey, ich schwöre nichts Freude an, aber Leute Checkt mein Video Samstag ab Es wird krass, Leute Dugo kommt ja wieder am Donnerstag bei mir Am Freitag bei Kevin Am Samstag bei Marvin Und am Sonntag bei Lukas Digga, das ist so heftig geworden Ich habe alle Rekorde gebrochen, die es weltweit überhaupt gibt Ja So viel dazu Alle Okay, let's go Nächste Megabox Okay, Rico Achso, du hast jetzt erstmal Okay Rico gezogen Und dann würde ich sagen 1600 Gems noch Also 20 Megaboxen sind noch drin Wir können eigentlich weitermachen Let's go Die nächsten in 3, 2, 1 Und Sechs verbleibende Easy Wieder ein neuer Brawler So kann das sein, Leute So kann es auch gerne weitergehen Und das ist Frank, man Yes Oh Geil, Digga Ich ziehe ja richtig geile Sachen heute Die Kneipe Ich habe drei Stück aus einer Box gezogen, ey Junge, dieses Opening Battle ist mal wieder einfach nur heftig, Leute Es ist einfach nur crazy Geil Okay Nächste Megabox in 3, 2, 1 Und Los geht's Fünf verbleibende Ja, kann man machen Die fünf Die kann sich direkt verabschieden Dann würde ich sagen Direkt wieder die nächste Megabox in 3, 2, 1 Und Fünf Ja Ganz schnell durchskippen Ja, ganz schnell durchskippen Da muss ich ganz schnell los Nächste Megabox in 3, 2, 1 Und Fünf Da muss ich ganz schnell los Wieder durchskippen Was Trotzdem Pam gezogen aus Oh mein Gott, Junge Die großen Monster Was geht ab, Digga Ich habe schon drei epische Brawler Neun Wie viele Brawler hast du uns gesagt? Ich habe neun Ich habe jetzt elf insgesamt, Digga Krank Ey Soll ich mir was sagen? Ich habe zwei Superseltene und drei epische, ja? Soll ich mir was sagen? Ich habe noch nicht mal alle seltenen Ich habe noch nicht mal hier alle seltenen Lol Crazy Ich habe einfach schon drei epische und nur zwei Superseltene, ne? Naja, dann würde ich sagen Weiter geht's mit der nächsten Megabox, oder? Ja, okay 3, 2, 1 Und Go! Fünf Ganz schnell durchskippen Nächste Megabox 3, 2, 1 Und Go! Boah, ich habe hier ne Wimper in meinem Auge Irgendwie Oder so, keine Ahnung Naja, egal Ähm, das war auch nix Und Let's go! Nächste Megabox 3, 2, 1 Und Fünf Sechs Oh man, Alter Jetzt sieht das schon wieder was Neues Da wird jetzt sehr seltene drin sein Ich glaube Barley hat mir noch gefehlt Ich hoffe es nicht, aber Ich glaube, das wird er ja Ja, ich glaube auch Und es ist Oh Oh mein Gott! Tache! Wow Okay, ich dachte schon, das wird krass Daryl Ja gut, kann man machen Bist du ready für die nächste? Ja! 3, 2, 1 Und go! Fünf Junge, ich ziehe jetzt nur noch fünf Direkt skippen, Digga Will ich gar nicht sehen Nächste Megabox 3, 2, 1 Und go! Wieder nur fünf Direkt skippen Nix! Juckt mich nicht, Digga Kann nicht sein Als ob du jetzt so viele neue Sachen ziehst Und ich ziehe gar nichts Das ist einfach nur Acht Und wir haben Okay, es ist Poco Okay, kann man machen Dann muss ich immer mit Kevin denken, wenn ich den ziehe Kann man machen Okay, nächste Megabox in 3, 2, 1 Und go! Fünf Digga, ich will diese Zahl nicht mehr sehen Ich mach direkt die nächste auf Ich rage jetzt komplett Ich mach direkt die nächste auf 3, 2, 1 Und go! Fünf Ich rage komplett Die nächste Komm! 3, 2, 1 Und go! Fünf Digga, kann nicht sein! Hier! Vier? Okay, komm! Direkt die nächste, bist du ready? 3, 2, 1 Und go! Fünf Fünf Absolut ekelhaft Einfach nur Absolut ekelhaft Leute, das kann ich euch nicht antun Deswegen gebe ich da so schnell Nächste Megabox 3, 2, 1 6 Und Fünf Kann nicht sein, Digga 13 Juwelen Das war das für eine Ordnung Was siehst du? Oh, die Kneippschlägerin! Oh! Nice, 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 Digga Sehr schön Das ist schon mal gut Gehör ich dir auf jeden Fall Okay Nächste Megabox 3, 2, 1 Und komm! Fünf Nur fünf gerade seit 10.000 Kisten Am Anfang voll reingelackt Und jetzt ziehe ich ja gar nichts mehr Leute, da muss noch was kommen Das muss noch mal knallen Nächste Megabox In 3, 2, 1 Und Fünf Bro Was ist das jetzt? Hier einmal neun verbleibende, bitte In 3, 2, 1 Und Sechs! Yes! Ich zieh mal wieder was Neues Nach Ewigkeiten Wer schreibt denn hier? Der Kevin? Ich weiß es gar nicht genau Okay, perfekt So, let's go Was wird es sein, Leute? Ich tippe mal auf Digga Mortis Ich glaube hier ist ein Mortis drin Let's go Und es ist Daryl Nice! Dritter von 4 Superseltenen Das heißt ein Superseltener fehlt noch Und ich würde sagen ein paar Kisten gehen sich ja noch aus Das heißt, let's go Nächste Megabox in 3, 2, 1 Und go Fünf Ekelhaft aber du diese Zahlen ne? Bist du ready für die nächste? Jo Du darfst jetzt mal runter zählen Drei Zwei Eins Komm Jugo, gönn! Fünf Okay, die letzten Boxen jetzt so langsam Ich habe nur noch 220 Jams ungefähr Also zwei Kisten werden sich noch ausgehen Oh, ich habe noch 170 Ich habe noch 170 Okay, aber wir gehen sich auch noch zwei aus Das ist alles easy Die vorletzte Megabox Egal, 220 Jugo für 3, 2, 1 und go Fünf Ja, ich auch Okay, das heißt, die letzte Megabox könnte jetzt nochmal alles Sag ich jetzt mal Äh, äh, egal, lass einfach öffnen Drei Zwei Eins Und let's go, come on Fünf Schade Aber, Digga, heftiges Opening Nichtsdestotrotz, Digga, sieben Verbleibende habe ich gezogen Marvin hatte einfach mal drei Brawler in einer Kiste Was eigentlich fast schon so zu werten ist mit acht Verbleibenden Kann man schon so fast so sagen, aber natürlich waren es nicht die acht Trotzdem auf jeden Fall heftig bei sechs Verbleibenden Drei neue Brawler Sowas habe ich noch nie gesehen Das ist keine Lüge Ich habe sowas noch nicht gesehen Ich weiß nicht, was gerade abgeht mit unserem Luck Ich habe jetzt zwölf Brawler Drei epische Drei Superseltene Und die vier seltenen Und natürlich Shelly und Nita Was hast du so? Ich habe, fangen wir mal ganz unten an Pipa Die Kneipenschlägerin Carl, Penny, Davel, Rico Die Boxerin Poco Barley Shelly, Nita Und der scheiß Boxer Nice Okay, Leute Dann würde ich sagen Das war es jetzt hier mit dieser Folge Ach, ich kann noch eine Big Box öffnen Das mache ich noch zum Ende hin Let's go Wäre da noch was drin gewesen Wäre es auf jeden Fall heftig Aber war leider nichts Ein Jam fehlt jetzt für die nächste Big Box Naja, was sollen wir machen, Leute Das war es jetzt hier mit dieser Folge Brawl Stars Wenn es euch gefallen hat Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben Dann lasst gerne mal ein kostenloses Abo da Checkt unbedingt den Discord ab, Leute Jetzt unten in der Videobeschreibung Einfach mal draufklicken Joined im Server Kommt dann einfach in die Channels rein Und ja Ich würde sagen Dann sehen wir uns auf jeden Fall Mal in der Aufnahme Abonniert meinen Kanal Abonniert auch mal Genau, Leute Schaut gerne mal vorbei Wir sehen uns Bis dahin Haut rein und ciao Ciao